Liebe Melanie, was für ein tolles Bild. Herzlich willkommen allen hier auf Kampnagel in Hamburg. Schön, dass Sie alle da seid. Hamburg ist bereits die 13. Station unserer Tour. Wie hast du den Prozess bisher wahrgenommen? Also ich glaube, dass wir uns das zugetraut haben als Partei, so einen Prozess zu machen. Mit Natur, mit 23 Veranstaltungen, verschiedene Kandidatenteams sozusagen, gemeinsam solidarisch auch durch diesen Prozess zu begleiten. Das hat uns als Partei extrem gestärkt und ich glaube, das macht auch Mut für die Zukunft, die noch vor uns liegt jetzt. Auch die Hamburger SPD befindet sich meines Wissens wenige Monate vor einer wichtigen Wahl. Was ist denn für dich deiner Meinung nach das größte Fund der Hamburger SPD? Ich sage immer, wir sind fast 12.000 Mitglieder und damit 12.000 Politikbotschafterinnen und Politikbotschafter in dieser Stadt. Uns geht es darum, Hamburg zur Metropole der Zukunft für alle zu machen und dabei die ganze Stadt im Blick zu behalten und zwar in allen ihren Interessen. Und das ist das Wichtige für uns und das versuchen wir als Partei. So sind wir organisiert und das versuchen wir aber auch mit der Stadtgesellschaft und in der Stadtgesellschaft in allen Bereichen. Vielen Dank. Zum Abschluss, was erwartest du dir denn heute Abend? Ich erwarte mir eine spannende inhaltliche Debatte. Ich bin sehr gespannt auf die Ideen, die Kandidatenteams hier vortragen und ich erwarte vor allen Dingen großen Respekt und Solidarität für die Lebensentscheidungen, die alle Teams hier getroffen haben. Alle zusammen haben sich entschieden, ihr Leben verändern zu wollen und die Führung der Sozialdemokratie in Deutschland zu übernehmen. Nichts weniger und dafür verdienen alle unseren Respekt und unsere große Unterstützung und unsere Solidarität heute Abend, aber vor allen Dingen für den weiteren Prozess. Und darum möchte ich euch bitten. Vielen Dank Melanie. Schön, dass wir bei dir heute Abend zu Gast sein dürfen. Euer Leben verändern. Das ist eine tatsächlich richtige Wortwahl wahrscheinlich. Warum ihr das machen wollt, das möchten wir jetzt von euch wissen. Wir starten unseren ersten Programmteil und wir starten heute mit, heute als Solo, Ralf Stegner. Bitte, die Bühne gehört dir. Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme aus der Nachbarschaft in Hamburg, nach Hamburg, aus Schleswig-Holstein. Ich bin heute alleine hier. Ich muss Gesine entschuldigen, die aus familiären Gründen nicht da sein kann. Das ist schade für mich, aber vor allen Dingen schade für euch. Vom Naturell sind wir ein bisschen verschieden, aber wir haben vieles gemeinsam. Die SPD führen zu wollen ist eine tolle Aufgabe, ist eine tolle Partei, die immer für Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, für Frieden und für Demokratie gestanden hat. Und die viel Besseres verdient hat als die Umfrageergebnisse, die wir haben, als die Wahlergebnisse, als die Art, wie wir auftreten und als die Art, wie wir behandelt werden von anderen. Gesine würde jetzt sagen, was wir brauchen, ist eine geistige Veränderung. In die Richtung, dass wir unseren Kompass wiederfinden. Den Maßstab für sozialdemokratisches Handeln. Dass Gerechtigkeit uns lenkt in den Dingen, die wir tun. Und das heißt zum Beispiel, dass wir ein Programm haben müssen, Profile als linke Volkspartei. Wir müssen die Partei der guten Arbeit bleiben, auch in der digitalen Zukunft. Dass Arbeit tarifgebunden ist, dass man davon leben kann, dass man eine ordentliche Rente kriegt mit der Arbeit. Mit starken Gewerkschaften an der Seite. Das ist unser Job, mit dafür zu sorgen. Dass wir einen starken Sozialstaat haben, wo die Rente reicht, wo die Lebensrisiken nicht privatisiert werden. Wo wir eine Kindergrundsicherung haben, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Wo es gebührenfreie Bildung gibt. Wo wir die wichtigen Dinge nicht privaten Renditeinteressen überlassen, sondern uns als Staat darum kümmern, dass es in kommunaler Verantwortung für das Allgemeinwohl gemacht wird. Wo wir für Verteilungsgerechtigkeit sorgen. Ja, die mit den höchsten Einkommen und Vermögen müssen mehr bezahlen. Einkommenssteuer und auch eine Vermögenssteuer. Ja, was scheuen wir uns eigentlich, das zu machen, liebe Genossinnen und Genossen. Das sollten wir tun. Und ich füge hinzu, die schwarzen Nullen sollen wir ruhig anderen Parteien überlassen. Wir müssen in die Zukunft investieren. Für die jüngere Generation. Und wir sind die Partei, die dafür sorgen muss, dass der sozial-ökologische Umbau stattfindet. Weil wir nur einen Planeten haben und unsere Kinder und Enkel das verdienen, dass sie auch in Wohlstand und Frieden leben können. Aber wir sind die, die dafür sorgen, dass das nicht die kleinen Leute bezahlen, sondern die, die es sich leisten können. Das darf kein privilegierter Projekt sein, der sozial-ökologische Umbau. Wir müssen das machen. Wir sind das Original in dieser Frage. Und wir müssen diejenigen sein, die für mehr Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft sorgen. Von der Kommune bis zur Bundesebene. Und wir sind diejenigen, die die Friedensbewegung anführen müssen. In Europa dafür sorgen, dass den Nationalisten die Stirn geboten wird. Dass ein gemeinsam handelndes soziales Europa da ist. Dass wir nicht zulassen, dass Nuklearwaffen in Europa stationiert werden. Dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Dass wir zum Beispiel aufhören, Waffen zu exportieren in Kriegsgebiete und Diktaturen. Das könnten wir nämlich tun, um was zu verändern. Und aus unserer Geschichte wissen wir sehr genau, wir müssen die allerersten sein, in der ersten Reihe stehen, um die Demokratiefeinde wieder zu vertreiben. Wir dürfen nicht eher ruhen, bis die wieder raus sind aus dem Parlament, die rechten Baggerluten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben in Deutschland kein Problem mit der Vielfalt. Wir haben ein Problem mit der Einfalt. Die muss bekämpft werden, Genossinnen und Genossen. Das ist unser Problem. Und all das geht mit klarer Sprache und mit Selbstbewusstsein. Viele reduzieren mich ja auf meine Heiterkeit, aber ich habe auch noch andere Seiten. Ich komme von der Küste, da lernt man Standfestigkeit. Und Standfestigkeit heißt, dass die Menschen darauf vertrauen können müssen, dass wir auf ihrer Seite sind in den wichtigen Fragen. Dass die Sozialdemokratie dafür widersteht, dass wir Vertrauen zurückgewinnen mit einer selbstbewussten Sozialdemokratie. Und wir machen das im Team. Und auch das ist eine gute Sache, weil wir eine kollegiale Führung brauchen. Eine Führung, die nicht andere fragt, was wir tun sollen. Und egal, wir machen uns auch nicht klein, indem wir uns über Koalitionen definieren. Aber wenn wir da drin sind, brauchen wir momentan eine Parteiführung, die unabhängig ist von der Regierung und nicht Anhängsel davon, damit die Partei eine starke Stimme hat. Das ist wichtig. Und im Team zu sein, heißt dann auch, mit jemand anderem zu zeigen, dass man die Partei kollegal führen kann. Standfestigkeit. Und ich habe eine der klügsten Frauen in Deutschland dafür gewinnen können. Die ist in der Sozialdemokratie, leitet die Grundwertekommission, Gesine Schwan, ist eine ganz tolle Frau. Und ich wünschte mir, sie wäre heute hier. Ich muss das jetzt alleine machen, aber wir werben beide für euer Vertrauen. Ich habe dieser SPD viel zu verdanken. Ich war kommunalpolitisch tätig, ich war Staatssekretär und Minister, ich war Fraktionsvorsitzender, ich habe den Schleswig-Holsteinischen Landesverband, diesen stolzen Landesverband, zwölf Jahre geführt. Ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender. Und ich kandidiere auch deswegen gemeinsam mit Gesine, weil wir nicht zulassen dürfen, dass die SPD weiter absinkt. Die SPD wird gebraucht in Deutschland. Eine starke, selbstbewusste Sozialdemokratie wird dringend gebraucht in Deutschland. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sie auch wieder bekommen. Und dazu gehört übrigens auch, dass wir begreifen, dass wir uns mit den Gegnern anlegen sollten und nicht in der eigenen Partei die Gegner suchen. Auch das ist ein Teil. Solidarität gehört dazu. Uns eint viel mehr, als uns trennt und verschieden sind wir doch. Und Gesine und ich werben für euer Vertrauen. Vielen herzlichen Dank. Das war eine Punktlandung von Ralf. Vielen Dank. Begrüßt nun mit mir heute unser zweites Team. Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Ja, hallo Hamburg. Ich bin Clara Geiwitz aus Brandenburg und man möchte vielleicht denken, beim 13. Mal ist man gar nicht mehr so aufgeregt. Aber da ich heute bei Olaf zu Hause bin, ist das schon nochmal was ganz Besonderes. Und ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass der Landesverband Hamburg, Olaf und mich auf diese unglaublich tolle Reise geschickt hat. Und wir kandidieren beide für den Parteivorsitz der SPD, weil wir etwas wollen, was der Hamburger Landesverband schon lange hat. Nämlich wir wollen die SPD so stark machen, dass wir ohne die Union regieren können. Das muss sich aus meiner Sicht einiges ändern. Zum Beispiel muss die SPD weiblicher werden. Deswegen haben Olaf und ich auch gesagt, wir treten als Team an. Und wie gut Frauen der Partei tun, das habt ihr hier in Hamburg ja schon erfahren können. Und ein Thema, was natürlich uns beide eint, ist, wir wollen nicht eine westdeutsche Politik machen, sondern eine Politik für Gesamtdeutschland. Ich bin Ostdeutsche aus Brandenburg. Und was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass hier zwei Frauen sind aus Hamburg, die ganz praktisch dabei geholfen haben, dass Brandenburg heute so gut dasteht, wie es dasteht. Das ist einmal Wilma Simon, die bei uns Finanzministerin war. Und das ist Britta Ernst, die richtige Frau von Olaf. Die habe ich jetzt auch noch umgelegt. Wir wollen, dass die SPD wieder eine stolze Partei ist. Wir wollen, dass die SPD wieder so stark ist, dass wir jenseits der Großen Koalition auf Bundesebene Verantwortung tragen können. Denn die SPD wird gebraucht für den Sozialstaat der Staates, für eine gute Friedenspolitik und für einen Ausgleich zwischen den einzelnen Regionen in Deutschland. Moin Moin. Es ist für mich schön, hier zu sein. Das, glaube ich, ist nicht besonders hervorzuheben. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit vor zehn Jahren. Da bin ich Landesvorsitzender der SPD geworden. Und wir waren in einer sehr, sehr schwierigen Situation für unsere Partei in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland. Niemand hat uns noch was zugetraut und die Perspektiven waren ziemlich schlecht. Wir haben dann daraus was gemacht. Wir sind geschlossen aufgetreten. Wir haben die Themen angesprochen, um die es für die Zukunft dieser Stadt ging. Und es ist uns gelungen, Wahlen zu gewinnen. Beim ersten Mal sogar, was wir niemals erwartet hatten, mit einer absoluten Mehrheit, mit 48 Prozent und ein zweites Mal mit 46 Prozent. Liebe Genossinnen und Genossen, in dieser Partei steckt Kraft und Potenzial. Wir können auch aus dem Tief wieder zu Stärke nach vorne wachsen. Und wir haben über die Dinge gesprochen, die für die Menschen wichtig sind. Zum Beispiel über Wohnungsbau. Vor zehn Jahren war die feste Meinung aller Experten, es gibt kein Wohnungsproblem. Die Regierung aus CDU und Grünen war davon sogar sehr überzeugt. Aber wir haben gesagt, das ist anders, haben angekündigt, dass wir Wohnungen bauen werden. Niemand hat es uns zugetraut. Und in Hamburg ist die größte Wohnungsbau-Offensive Deutschlands gestartet worden. Wir haben sozialen Wohnungsbau wieder auf den Weg gebracht, als noch keiner das Wort wieder buchstabieren konnte. Das war richtig, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Krippen und Kitas ausgebaut werden und dass sie gebührenfrei sind. Wir haben dafür gesorgt, dass man auf jeder Schule Abitur machen kann und dass es überall Ganztagsangebote gibt. Wir haben die Universitäten erst wieder gebührenfrei gemacht. Und wir haben wieder angefangen mit dem Bau von Schnellbahnen, von U-Bahn und S-Bahn-Stationen und dem Ausbau auf den Weg gebracht. Alles Dinge, die niemand in Deutschland wirklich richtig fand. Aber ganz klassische, erfolgreiche, fortschrittliche, progressive sozialdemokratische Politik, wie wir sie benötigen, liebe Genossinnen und Genossen. Und darum geht es aus meiner Sicht auch jetzt. Dass wir über konkrete Dinge sprechen, die dafür sorgen, dass das Leben besser wird. Und dass wir über die Dinge diskutieren, die dazu führen, dass die sozialdemokratischen Parteien ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen, vielen anderen Orten der Welt gegenwärtig nicht ihre besten Zeiten haben. Wenn man in die Niederlande guckt, nach Norwegen, nach Schweden, nach Dänemark, nach Finnland, nach Österreich, dann ist das Ergebnis so, dass sie nicht die Stärke haben der 70er und 80er Jahre. Ja, die Sozialdemokraten regieren wieder in Dänemark und in Schweden und in Finnland, da übrigens mit 17 Prozent. Und sie haben auch eine gewisse Stärke in Österreich, aber es ist überall das Gleiche wie hier und es gibt dafür eine Ursache. Die Ursache ist, dass die Menschen unsicher sind, wie das 21. Jahrhundert wird, gerade in unseren Gesellschaften. Und deshalb muss es eine Botschaft geben, die wir als Sozialdemokraten aussätten. Auch in der Zukunft ist die Solidarität das Einzige, was ein Leben gut und erträglich macht. Auch in der Zukunft brauchen wir einen guten, stabilen Sozialstaat, der uns durch die unsicheren Zeiten der Zukunft führen kann. Das ist der beste Schutz gegen die Trumps, gegen den Brexit und gegen rechte Populisten in Deutschland. Wir müssen die SPD dafür wieder stark machen, liebe Genossinnen und Genossen. Sie sind schon aufgestanden, unser drittes Team, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Liebe Melanie, liebe Hamburg-SPD, ich bin seit 30 Jahren Mitglied der SPD und meine Eltern waren Menschen, die Sozialdemokratie gelebt haben. Die haben mir beigebracht, die haben mir vorgelebt, dass man sich kümmert, dass man zusammenhält, wenn Menschen in Not sind, dass man aber auch die Strukturen hinterfragt und dass man die bekämpft. Und Freiheit, haben die gesagt, die darf nicht dem Stärkeren dienen, alleine. Und deshalb brauchen die Menschen gute Bildung an ihrer Seite, Geschlechtergerechtigkeit, aber eben auch starke Bürgerrechte. Das gilt auch für die Digitalisierung. Der digitale Wandel, viele reden darüber, als käme der übermorgen, der ist ja schon da, die digitale Zukunft ist schon da, die ist nur noch nicht gerecht verteilt. Und es braucht eine starke Sozialdemokratie, um auch diesen Wandel so zu gestalten, dass er den Menschen dient und nicht der Technologie. Als aktive Kommunalpolitikerin weiß ich aber, dass der soziale Zusammenhalt nicht im Netz gebaut wird, sondern in den Kommunen. Und deswegen brauchen wir ein Investitionsprogramm, ein Jahrzehnt der kommunalen Investition. In Daseinsvorsorge, in Dableibensvorsorge. Und jetzt werden manche sagen, da ist aber doch gar kein Geld für da. Wisst ihr, was alle elf Minuten in Deutschland passiert? Alle elf Minuten in Deutschland werden acht Millionen Euro vererbt oder verschenkt. 400 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist eben nicht so, dass nur die Zukunft schlecht verteilt ist, ungerecht, sondern auch die Lasten sind ungerecht verteilt. Und deshalb sagen wir, die Lastenverteilung, die Verteilungsfrage steht im Mittelpunkt für die Beantwortung der Zukunftsfragen. Jetzt sagt aber die Union, die Verteilungsfrage stellt sich nicht. Und deswegen müssen wir leider sagen, die GroKo baut keine Zukunft. Die GroKo hat keine Zukunft. Jetzt wählt die SPD eine Doppelspitze und das macht mich ganz froh, denn ich habe damit Gelegenheit, einem Mann an meiner Seite eine Chance zu geben. Das ist Norbert Walter-Bohjans. Novabo, wie seine Freunde ihn nennen. Und Novabo hat mit dem Aufkauf dieser Steuer-CDs, von denen ihr sicher gehört habt, 7,2 Milliarden hinterzogene Steuern wieder zurück ins Staatssäckel geholt. Er hat gegen alle Widerstände dieses Schweizer Abkommen verhindert, gegen Schäuble, gegen die Finanzmafia. Und hat damit ein Milliardengeschenk an Steuerhinterzieher verhindert. Und ich finde, die SPD hat an ihrer Spitze einen so klugen und standhaften und tollen, 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 richtig, Mann, verdient. Und deshalb treten wir zusammen an. Vielen Dank. Mutig, er ist mutig. Hallo Hamburg erstmal. Und erstmal vielen Dank, liebe Saskia, dass du mir die Chance gibst. Ich habe eine starke Frau an meiner Seite, die hat gerade, was wir haben das heute schon gehört, Digitalisierung angeht, schon ihren eigenen Kopf bewiesen. Und sie hat vor allen Dingen bewiesen, dass sie Rückgrat hat. Hamburg hat eine starke SPD. Und die SPD ist auch in Deutschland stark, wenn es um ein Thema geht, nämlich die Partei des Friedens, der Aussöhnung und der Entspannung zu sein. Und ich habe das gestern im Willy-Brandt-Haus nochmal sagen können. Da hatte ich nämlich Geburtstag und bin 67 geworden. Also ich bin der älteste Mann in dieser Runde. Und dann habe ich gesagt, es gibt nicht sehr viele 67-Jährige, die in den letzten Jahrhunderten in Mitteleuropa gelebt haben, die von sich sagen konnten, ich habe nie einen Krieg erlebt. Und das ist kein Automatismus. Das haben wir dieser Friedenskraft SPD und diesem Vorsitzenden Willy Brandt in dieser Partei zu verdanken. Und dafür habe ich mich auch gestern bedankt. Aber umso mehr bekümmert mich, dass der große Reisebus SPD oder Linienbus SPD, bei dem vorne draufsteht, wir fahren Richtung soziale Gerechtigkeit und Sicherheit im Wandel, kaum noch Fahrgäste hat. Weil die Menschen gesagt haben, irgendwas stimmt mit euch nicht mehr. Wir glauben euch nicht, dass das stimmt, was da vorne draufsteht. Ihr seid irgendwann vom Weg abgekommen. Und dann muss man zurückgucken in den Rückspiegel und sagen, wie ist das passiert? Und dann stellt man fest, das war ja gar nicht die große Koalition. Sondern das ist schon vorher gewesen, weil wir uns von Beratern, von Lobbyisten in die neoliberale Pampa haben lenken lassen. Und die haben uns erzählt, ihr müsst die Steuern für die höchsten Einkommen am stärksten senken. Ihr müsst sowas wie Hartz IV machen. Ihr müsst die Lebensrisiken privatisieren. Das war der falsche Weg. Da haben wir das Vertrauen der Menschen verloren. Und diese Menschen, was wir jetzt brauchen, ist nicht Sachverstand in dieser Partei, nicht mehr Sachverstand. Den haben wir auf allen Ebenen. Hier in Hamburg, auf den kommunalen, auf den Landes-, auf Bundesebene. Was wir brauchen, das sind neue Fahrer in dem Bus, die deutlich machen, da wo schon die nächsten Lobbyisten widerstehen, die uns sagen, Klimaschutz, Rente, Wohnungsbau, am besten alles über den Markt machen. Das machen wir nicht. Wir wollen einen handlungsfähigen Staat, der das Geld hat und der nicht an der schwarzen Null scheitert, sondern seine Aufgaben wahrnehmen kann für eine solidarische und eine sozialdemokratische Politik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Und unser viertes Team heute, Petra Köpping und Boris Pistorius. Bitte sehr. Moin Hamburg. Ich bin Petra Köpping und das ist Boris Pistorius. Boris Pistorius kommt aus Niedersachsen und ich komme, wie man vielleicht ein wenig hört, aus Sachsen. Wir beide sind also auch ein klassisches Ost-West-Team. Und Ost-West bedeutet, wir sind beide Minister in unseren Bundesländern. Boris als Innenminister, ich als Ministerin für Gleichstellung und Integration. Ich war viele Jahre in Sachsen Bürgermeisterin und Landrätin. Boris war in Osnabrik Bürgermeister. Das heißt, wir kommen aus der kommunalen Ebene. Und übrigens, um Sachsen so ein bisschen vorzustellen, für die, die das nicht wissen, ich war Landrätin in Sachsen und in den letzten 30 Jahren die einzige Landrätin für die SPD. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir haben heute davon gesprochen, dass wir keine westdeutsche Politik wollen, sondern eine gesamtdeutsche Politik. Die Politik ist bereits angesprochen worden und ich erkläre oder versuche zu sagen, warum. Ostdeutschland hat am 1. September Landtagswahlen. Landtagswahlen, bei denen teilweise in Städten die AfD bis zu 40 Prozent Stimmen geholt hat. Gleichzeitig stehen unsere Genossen in Ostdeutschland auf der Straße. Pegida ist ein Begriff geworden in Deutschland. Und wenn man weiß, wie in Leipzig als 5.000 Legida-Anhänger auf die Straße gegangen sind, 35.000 Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das wollen wir bei uns nicht. Wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit, wir wollen Gleichheit für unsere Bevölkerung. Das ist eben auch Sachsen. Und deswegen bin ich sehr stolz auf unsere Sozialdemokraten in Sachsen, auch wenn wir bei der letzten Landtagswahl nur 7,7 Prozent geholt haben. Und das meine ich mit gesamtdeutscher Politik. Ich möchte, dass die Sozialdemokratie in ganz Deutschland wieder stark wird und dass wir nicht einen Teil von Deutschland in der Sozialdemokratie verlieren. Deswegen stehe ich hier und habe mich für dieses Amt beworben. Gleichzeitig möchten wir, dass Ostdeutschland und liebe Saskia mit deinen Erbschaften, das ist ganz schön, das betrifft aber Ostdeutschland nicht. Bei uns erbt niemand was. Wir haben keine Erbschaften. Und insofern ist auch dort eine Ungleichheit noch zu betrachten, die wir verändern müssen für Deutschland. Und deswegen möchte ich mich als Ostdeutsche für eine gesamtdeutsche Politik hier als Parteivorsitzende einbringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Petra. Sie hat es gerade angesprochen, die Bedrohung der Demokratie durch Rechte, Rechtsextremen, durch Nationalisten. Und ich war gestern in Oldenburg bei einer Veranstaltung, die ich durchgeführt habe für Kommunalpolitiker und Mandatsträger, die bedroht und beleidigt werden, die bedrängt werden und täglich angegriffen werden von Rechtsextremisten, von rechten Hetzern im Netz und auf der Straße. Und ich sage euch, die Demokratie stirbt von unten, wenn wir dagegen nicht energisch einschreiten, weil dann nämlich Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aufgeben. Und wenn sie aufgeben, fehlt uns in der Demokratie die Basis, auf der alles in dieser Demokratie beruht, liebe Genossinnen und liebe Genossen. Und deswegen müssen wir nicht nur diskutieren, wir müssen klar Stellung beziehen, selbstverständlich, aber wir müssen auch mit allen Mitteln des wehrhaften demokratischen Rechtsstaats gegen diese rechten Hetzer vorgehen und ihnen sie in die Schranken weisen, liebe Genossinnen und liebe Genossen. Und wenn ich sage, dass wir das tun müssen, dann heißt das, wir müssen auch ein wachsames Auge auf Europa haben. Denn wir als Sozialdemokraten, als starke Sozialdemokraten, werden wir nicht nur in Deutschland gebraucht, sondern auch in Europa. In Europa hat der Nationalismus, feiert der Nationalismus fröhliche Urstände. Die Demokratie scheint nicht mehr so unangefochten wie noch vor einigen Jahren. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir Europa wieder zu dem machen, was es war. Nämlich nicht zu einem Teil des Problems, sondern zu einem Teil der Lösung unserer Probleme. Das muss der Ansatz sein. Ich werde nächste Woche in Brüssel sein und Gespräche führen zu Migration, zu Flucht. Zur Innenpolitik, zur Sicherheitspolitik. Weil in Europa die Weichen gestellt werden. Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger in diesen Tagen, liebe Genossinnen und liebe Genossen. Und die Probleme, die zu lösen sind und wo Sozialdemokraten gebraucht werden, eben auch in Europa, sind vielfältig. Und sie sind ernsthaft. Ende Oktober fliege ich, Petra wird wahrscheinlich mitkommen, nach Lesbos. Ich war vor drei Jahren das erste Mal da, vor dem Deal mit Erdogan, wohlgemerkt. Und fliege jetzt wieder hin, weil die Situation auf dieser Insel für die Flüchtlinge dort einfach erbärmlich ist. Und wir als Europa, da muss die Sozialdemokratie vorangehen, haben eine Verantwortung für Menschen, die auf der Flucht sind, liebe Genossen und liebe Genossen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich komme aus Osnabrück, der Friedenstadt, der Geburtsstadt von Erich Maria Remarque. Und er hat mal gesagt, für ihn ist die Frage der Humanität die Frage des 20. Jahrhunderts. Und ich sage, wenn es nicht die des 21. Jahrhunderts ist, welchen Jahrhunderts denn bitte dann? Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wenn wir, ich war heute Morgen in Gotha und habe den Stolz der SPD gespürt im Tivoli, dem Haus, wo die Sozialdemokratie ihre Gründungsfeier hatte mit August Bebel und anderen. Und wer da war, der weiß, wozu die Sozialdemokratie fähig ist. Und wir möchten, dass die SPD wieder zu dem alten Stolz zurückfindet, der sie immer ausgezeichnet hat. Wir treten für Menschen ein. Wir kümmern uns um die Schicksale dieser Welt. Und wir sind diejenigen, die Anwälte und Fürsprecher sind für alle, die uns brauchen und die auf uns vertrauen. Vielen Dank. Heute unser Team Nummer 5. Herzlich willkommen Nina Scheer und Karl Lauterbach. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, gemeinsam mit Karl möchte ich, dass unsere SPD gemeinsam mit euch wieder zur stärksten sozial-ökologischen, politischen Kraft in Deutschland wird. Es muss uns klar sein, dass wenn wir nicht konsequent Klimaschutz betreiben, wenn wir nicht konsequent die Ablösung der fossilen Energien betreiben, dass wir dann weder Zukunft von Arbeit haben werden, noch richtig die Fluchtursachen dieses Jahrhunderts bekämpfen können werden, dass wir nichts gegen Armut können, tun werden und dass wir die Wirtschaftsfähigkeit unseres Landes, die Zukunft von Arbeit eben nicht gewährleisten können, wenn wir diesen Schritt nicht konsequent verfolgen und deswegen auch konsequent die Energiewende beschleunigt nach vorne bringen. Und dann wird ja manchmal gesagt, auch in unseren eigenen Reihen, wir sollen nicht grüner als die Grünen sein. Ehrlich gesagt, diesen Satz, den müssen wir endlich hinter uns lassen. Der ist so beschämend, denn dieser Satz, der reduziert uns auf einen Vergleich zu einer anderen Partei, das verbietet sich sowieso schon als Volkspartei. Und außerdem verkennt er, wie stark unsere Grundwerte genau die Anlässe sind, eben diese Politik für den Ressourcenerhalt, für den Erhalt von Lebensgrundlagen und für eine beschleunigte Energiewende sind. Und wenn wir dann eben mal zurückschauen, dann müssen wir erkennen, 1999 haben wir ein weltbahnbrechendes Gesetz verabschiedet unter sozialdemokratischer Führung, das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Weltweit ist das kopiert worden, weltweit hat es die Energiewende angekurbelt. Man sagt weltweit Energiewende dazu, unübersetzt. Und das ist unser Werk, wir sind das Original und wir müssen wieder diesen Stolz zurückgewinnen, dass wir diese Politik für Zukunft von Arbeit gestalten können und dass das unser Auftrag ist. Wenn wir uns aber jetzt umschauen, was zurzeit passiert, wir haben auch gerade Verhandlungen um Klimaschutzkabinett und da ist die Situation die, im Klimaschutzkabinett am 20. September steht eine Entscheidung an und wir erleben wieder einen erneuten Etikettenschwindel, wir erleben, dass die Union uns wieder irgendwelche Programme verkaufen möchte zum Emissionshandel, der wieder nicht wirken wird. Da müssen wir endlich konsequent sein und sagen, so nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin dankbar und stolz, diese Kampagne mit Nina Scheer gemeinsam machen zu können. Wir kennen uns gut, ich schätze sie, sie ist keine Klopferin leerer Sprüche, sie ist unsere führende Energie- und Umweltpolitikerin in der Fraktion und dieses Thema ist von allergrößter Bedeutung und zwar deshalb, weil nur noch zwei Prozent der Befragten derzeit glauben, dass die SPD in dieser Frage die besten Konzepte hat. 98 Prozent sind der Meinung, wir sind es nicht. Und wenn wir das nicht ändern, gegen uns protestieren unsere eigenen Kinder auf der Straße. Wir sind am Freitag vor der größten Demonstration, die es in Deutschland seit Jahrzehnten gegeben hat. Wenn wir dies nicht glaubwürdig ändern, dann verlieren wir die Wähler einer ganzen Generation, die uns niemals mehr wählen werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Und ich höre immer wieder, ich höre immer wieder, ich höre immer wieder, die SPD habe ihren Kompass verloren. Das ist falsch. Wir wissen, was die Probleme derzeit sind. Wir wissen, dass die Kinderarmut das größte Unrecht in Deutschland ist. Es ist nicht hinzunehmen, dass 20 Prozent unserer Kinder in Arm und wir kennen auch die Lösung. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Wir wissen, dass es in Deutschland eine brutale Zweiklassenmedizin gibt. Und wir kennen auch die Lösung. Wir brauchen endlich die Bürgerversicherung. Wir wissen, dass Hartz IV falsch ist und dass wir Hartz IV abschaffen müssen, weil die Sanktionen die Falschen bestrafen, bürokratisch sind und niemandem am Arbeitsmarkt helfen. Und wir wissen, dass es falsch ist, die Altersarmut zuzulassen, die jetzt droht für ein Fünftel der Bevölkerung. Wir haben die Konzepte. Trotzdem glauben 95 Prozent, dass wir nicht die richtige Partei für die Bewältigung der Probleme der Zukunft sind. Weshalb ist das so? Weshalb ist das so? Weil jeder weiß, auch jeder, der hier heute sitzt, jeder weiß, dass wir nichts von dem, was wir wissen, was wir für richtig hatten, jemals in einer großen Koalition werden umsetzen können. Daher schlagen Nina Scheer und ich vor. Wir stehen dafür allen. Wir empfehlen euch. Wir legen euch das zum Mitgliederfoto vor. Wir empfehlen euch. Wir verlassen die große Koalition. Wir kämpfen für links-grüne Bündnisse, die wir dann auch anführen können. Vielen Dank, Nina und Karl. Begrüßt mit mir Christina Kampmann und Michael Roth. Ja, moin Hamburg. Ich bin Christina Kampmann. Ich habe meinen Wahlkreis in Bielefeld immer direkt gewonnen. Manche sagen, das liegt daran, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Ich sage, das liegt daran, dass ich so unglaublich gerne Politik mache. Und das am liebsten mit dem jungen Mann hier neben mir. Deshalb waren wir die Ersten, die gesagt haben, wir wollen Parteivorsitzende werden. Und dafür haben wir in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Wir waren die Ersten, die das Ende der schwarzen Null gefordert haben, weil wir mehr Investitionen in den Klimaschutz brauchen, zur Bekämpfung von Kinderarmut und für die Infrastruktur in unseren Städten. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, uns geht es um mehr. Dieter Hecking hat diese Woche über den HSV und seine Probleme gesagt, dass es dort in der Vergangenheit viele Spieler gab, die sich selbst größer gefühlt haben als den Verein selber. Und genau das ist doch auch das Problem der SPD. Wir haben etliche Ex-Vorsitzende, die immer wieder alles besser wissen. Wir haben Genossinnen und Genossen, die im Netz kräftig austeilen. Und wir möchten, dass wir wieder fairer, freundlicher und respektvoller miteinander umgehen. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, der Feind, der steht ja nicht in den eigenen rein. Der Feind, der steht ganz rechts außen. Das sind die Nazis von der AfD, die die Pressefreiheit und die Menschenrechte mit Füßen treten. Und ich weiß nicht, ob ihr vom Interview mit Herrn Höcke gehört und gelesen oder es gesehen habt. Aber ich glaube, wir sollten ihm heute ganz deutlich sagen, lieber Herr Höcke, solange es die SPD gibt, werden Sie niemals eine wichtige Persönlichkeit in diesem Land werden. Dagegen werden wir uns wehren. Und wenn die AfD die SPD verbieten will, dann ist das für uns nur noch mehr Ansporn für Weltoffenheit, für Toleranz und für eine friedliche Gesellschaft zu werben. Liebe Genossinnen und Genossen, dem HSV und Arminia Bielefeld verbindet eine tiefe Fanfreundschaft. Deshalb lasst es uns machen, wie Dieter Hecking gesagt hat. Lasst uns für mehr Zusammenhalt in unserer Partei werben. Dann werden wir auch wieder gemeinsam den Aufstieg schaffen. Herzlichen Dank. Genossinnen und Genossen, wenn ihr uns beide wählt, dann traut ihr euch was. Wir sind nämlich die Jüngsten hier vorne auf der Bühne und das liegt natürlich nur an Christina. Wir wollen euch ein Angebot unterbreiten und das Angebot besteht darin, dass wir als Partei stolz sind auf unsere Tradition, aber nicht ständig nur in den Rückspiegel schauen. Wir wollen euch anbieten, eine Partei darzustellen, die in die Zukunft, ins Gelingen verliebt ist und nicht ständig nur darüber redet, was alles scheitert und was alles misslingt. Und genau mit dieser Haltung haben Christina und ich stets Wahlen gewonnen. Ich sechsmal hintereinander meinen nordhessischen Wahlkreis. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es drunter und drüber geht. Gewissheiten sind abhandengekommen. Und was wir wirklich brauchen, ist Solidarität. Solidarität, das ist unsere Chance, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das ist das Kernthema, das ist das Leidenschaftlichste, Wichtigste der SPD. Aber wir werden so lange nicht mehr als Partei der Solidarität wahrgenommen, solange wir nicht solidarisch miteinander umgehen. Anstand leben, respektvoll miteinander umgehen und zusammenhalten. Zusammenhalten, das ist das Wichtigste für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Lasst uns aber nicht nur diesen Laden zusammenhalten. Lasst uns nicht nur diese Gesellschaft zusammenhalten. Lasst uns vor allem auch Europa zusammenhalten. Christina und ich, wir stehen total auf Europa. Ein Europa ohne Grenzen. Ein Europa der Solidarität. Aber wir leben in brandgefährlichen Zeiten. Die Demokratie steht unter Druck. Das Autoritäre wächst. Weltweit, in Europa, aber auch bei uns zu Hause. Und es ist gut, dass wir uns darüber empören. Aber liebe Genossinnen und Genossen, das reicht nicht. Die einzige Sprache, die die Trumps, Bolsonaros und Putins verstehen, ist ein Europa, das zusammenhält. Das mit einer Stimme spricht. Das für Frieden und Solidarität eintritt. Unsere Antwort auf Donald Trump sind die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist das Bollwerk für den Frieden gegen die Rassisten, gegen die Populisten. Und Christina und ich stehen heute Abend hier, damit unsere SPD wieder zur Heimat der Weltverbesserer und der Mutmacherinnen wird. Und dafür bitten wir euch um eure Unterstützung. Vielen Dank, Michael und Christina. Last but not least heute Abend Hilde Mattheis und Dirk Hirschel. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen nicht hier, weil die SPD-Welt in Ordnung ist, sondern wir stehen hier, weil wir Wahlergebnisse eingefahren haben, die uns allen nicht gefallen. Und wir stehen hier, weil wir lange Jahre einem neoliberalen Mainstream gefolgt sind, der uns allen nicht gut getan hat. Und der gezeigt hat, die SPD hat zwar oft links geblinkt, ist aber rechts abgebogen. Und das klar auszusprechen und zu sagen, wir müssen wieder die Richtung ändern, wir müssen verlässliche Partner sein für Bürgerinnen und Bürger, das ist unser Ziel. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns wieder mehr Staat statt Privat wagen. Lasst uns wieder dafür sorgen, dass die Daseinsvorsorge etwas ist, was selbstverständliche DNA der SPD ist. Und lasst es mich an einem Beispiel festmachen, das Beispiel der Pflege. Was haben wir 1995 wirklich froh verkünden können? Wir sorgen dafür, dass Menschen, die pflegebedürftig geworden sind, in diesem Land versorgt sind. Und wie sieht die Realität heute aus? Immer mehr Menschen haben Angst davor, pflegebedürftig zu werden. Immer mehr haben Angst davor, dass sie wieder sozialhilfeabhängig sind. Und wir müssen dafür sorgen, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir die Pflegevollversicherung kriegen, dass keiner Angst haben muss, im Alter arm zu sein. Das muss doch wieder unsere DNA sein. Und wenn ich sage, mehr Staat, weniger privat, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit viel zu oft an Unternehmensberater gehört haben. Viel zu oft Wirtschaftslobbyisten die Tür aufgemacht haben und viel zu oft den Interessen von wenigen gefolgt sind. Und das kann doch nicht unser Job sein, den Interessen von wenigen zu folgen. Wir wollen doch, dass die Menschen in diesem Land, die vielen in diesem Land von unserer Politik etwas haben. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, glauben wir, treten wir dafür ein, dass wir wieder der Zivilgesellschaft die Tür öffnen. Der Friedensbewegung, zu der wir in den früheren Zeiten eine intensive Beziehung hatten. Und den Umweltverbänden, ja, wir wollen ihre Expertise wieder hören. Wir wollen ihre Ratschläge hören. Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Wir wollen die natürlichen Ansprechpartner dieser Organisation sein. Das wollen wir zwei, Dirk Hirschel an meiner Seite und ich. Und ich habe Dirk Hirschel vor etlichen Jahren kennengelernt als Chefökonom, aber er ist gelernter Tischler und ich finde das klasse, dass jemand, der die Maloche kennt und jemand, der auch den Bürosessel kennt, in dieser Partei den Vorsitz anstrebt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich kenne die Hilde jetzt seit 20 Jahren und ich habe sie immer geschätzt, weil sie einen klaren politischen Kompass hat. Die weiß, dass sie für Gerechtigkeit steht, dass sie für Freiheit steht, dass sie für Solidarität steht und hat so immer konsequent abgestimmt im Bundestag. Das hat mich immer überzeugt und deswegen musste ich nicht lange zögern, als sie mich gefragt hat, ob ich bereit bin, mit ihr gemeinsam für die Spitze dieser Partei zu kandidieren. Ich selbst bin seit 30 Jahren Sozialdemokrat und Gewerkschaftler und das gehörte für mich immer untrennbar zusammen. Wir haben uns ja vor 150 Jahren gegründet, damit die arbeitenden Menschen in diesem Land wieder in Würde leben können. Das haben wir lange Zeit gut gemacht. Wir haben den Sozialstaat aufgebaut, wir haben die Demokratie geschaffen, wir haben Arbeitnehmerrechte gestärkt. Aber dann sind wir leider vom Weg abgekommen. Ihr wisst das, wir haben in den 2000er Jahren Politik gegen Gewerkschaften und gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht und das darf nie wieder, liebe Genossinnen und Genossen, das darf nie wieder passieren. Wir beide, Hilde und ich, wollen diese Partei wieder zur Partei der Arbeit machen. Und das heißt für uns, es muss in diesem Land wieder Tarifverträge für alle geben. Wir müssen den Niedriglohnsektor austrocknen mit einem Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Wir müssen die prekäre Beschäftigung, die Minijobs, die Werksverträge, die Leiharbeit zurückdrängen. Wir müssen soziale Berufe aufwerten und wir müssen Hartz IV überwinden. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Demokratie nicht vor dem Werkstor endet. Das heißt, wir müssen Betriebsräte stärken, wir müssen die Mitbestimmung ausbauen. Das ist das große sozialdemokratische Projekt, dafür stehen wir beide und dafür bitten wir bei euch um euer Vertrauen. Vielen Dank, Dirk und Hilde. Ja, was für ein toller erster Teil. Vielleicht haben sich einige von euch schon ein Bild machen können, wen sie vielleicht präferieren bei der Wahl zum Parteivorsitz. Vielen Dank.